Turm und seinem Kumpel noch da hinsetzen. Man kann ja noch ein paar Männer da drauf tun. Seine Festung verteidigen. Und somit haben wir eigentlich einen der Knackpunkte in dem Part schon geschafft. Nämlich wir haben uns dem Verbündeten geholfen, dass er nicht stirbt. Dass er uns weiterhin tatgepflichtig zur Seite steht. In dem Part. Und jetzt können wir uns um unseren eigenen Nachbarn hier kümmern und um unseren Gegner. Können in aller Ruhe heraufstellen. Und den ziehen. So, ich bin gerade um überlegen. Bis zur gegnerischen Festung ist es nicht so weit. Wir holen uns den Meuchler. Und bauen Bogenschützen. Und dann können wir ihn eigentlich angreifen. Nieder mit ihm. So, ich stelle mir jetzt hier nochmal einen fetten Turm rein. Ich lasse da den mit Bogenschützen voll. Dann können die schon mal die ganze Zeit in die Gegnerische Festung schießen. Wir haben keine Nahrung mehr. Wir haben keine Nahrung mehr. La 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 la. Die Leute verlassen die Burg. Ganz bestimmt nicht. Oder, Freunde. Was mit ihr? Sind wir nicht alle alleine? Sind wir nicht alle verlassen? Nein, sind wir nicht. So, jetzt wollen wir uns erstmal labisch hoch. So, jetzt wollen wir uns erstmal labisch hoch. So, jetzt wollen wir uns mal labisch hoch jetzt. Es werden Recruiten benötigt sein. Auf. Ab auf dem Turm. Es wird geschnettet. Es werden Recruiten benötigt sein. Es wird geschnettet. Wo, 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 wo. Was geht flachzauern? Macht das neue Gold. Es werden Recruiten benötigt sein. Ihr habt doch welche. Töten, Töten. Ich glaub, dem geht's doch gut. So, die vorderen Wachtürme sind ausgeschaltet. Wir haben unsere Bogenschützen ganze Arbeit geleistet. Oh, ich seh, unser Kornschlucher neckt sich schwer in dem Ende zu. Schon wieder fast am leer gehen. So. Vielleicht schon viel besser. Jetzt geht's eigentlich nur noch darum, Trücken zu sammeln. Und dann auf den finalen Angriff sich vorzubereiten. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Aber wir haben da nicht. Ihr habt Versager. Aha. Versager. Boah, das hat uns beleidigt und die Erde beschmutzt. Ich lasse euch schenken. Euch und eure Männer. Mein Holz. Mein Holzlager, alles meins. So, mal gucken, was das ein Zerkumpel hier oben macht. Der hat den Skorpion hier unten eigentlich ziemlich gut in Schach gehalten. Meine Steinlager. Meine, meine, meine. Oh, hier oben geht's nach Erz. Alles mir, alles meins. Aber eigentlich brauchen wir das gar nicht mehr. Wie gesagt, normalerweise braucht man das gar nicht mehr da oben, die Erzlager, weil ich jetzt einfach nur so viele Männer noch ausbilde, das vielleicht hier unten den Kalifen tot zu machen. Ich werde hier unten eine Gruppe Pferde hinstellen und hier oben eine, dann das Torhaus mit den Meuchlern, die ich noch habe, stürmen und dann kann ich den Gegner hinfaziert löten. Und dann haben wir eigentlich den Part jetzt schon so gut wieder in der Tasche. Und da freue ich mich schon auf die nächste Mission. Denn so langsam, ähm, das hat es auch ja gestern in den Kommentar unten geschrieben beim zweiten Part von Stell dich ein mit der Geschichte, hat es schon einer erwähnt, dass, äh, die nächsten Mission, ähm, dann ein bisschen anspruchsvoller werden und ein bisschen kniffliger und da bin ich mal gespannt, ob ich da failen werde oder ob ich ne facke. Die Leute verlassen die Gruppe. Bleibt doch hier, es ist genug Essen da für alle. Kommt, meine Kinder. Es kommen Leute zur Burg. So, ich werde jetzt was ganz Böses machen, nämlich ich werde meine Burg entlösen. Das mache ich eigentlich dieselben, aber in dem Part hier, ähm, kann man mal so schlussmäßig durch sein. Zum Rokum. Eine Nachricht von Palüfen. Bewegt eure Armee außer Reichweiter meiner Burgwelle und zwar sofort. Ich werde jetzt noch was, äh, machen, ähm, was mache ich sonst normalerweise nicht. Wenn der Gegner noch Leute auf den Wachtürmen hat, ich werde jetzt, äh, schon aufs Torhaus gehen mit meinen Meuchlern und dann können meine Burgesschütze wieder hoch. Können die gegnerischen Türme einnehmen. Nein, nein. Mach das nicht, mach nicht den Fehler. Zu spät. Unsere Pferde sind verkogelt. Welch ein lustiges Gemetzel, wa? Jetzt holen wir schnell 20, 30 Pferde, schicken sie in die Burg. Dann müssen wir die, äh, letzten Wachposten ausschalten können. Ich muss nämlich aufpassen, dass er nicht gleich das Torhaus einnimmt. Dann werden meine Männer da vertrieben, das ist nicht gut. So, jetzt hat er aber eigentlich verloren. Also die Burg gehört mir. Die kann er nicht mehr halten, definitiv nicht. Dann wollen wir noch ein paar Burgesschützen, weil die kann man auch noch so in den Burgkrieg schicken, um den Zaya zu töten. Die kämpft ja dann mit dem Dolchweiter. Dann passt das schon. Oh, unser Verbündete hilft uns sogar, schickt ein paar Burgesschützen zur Unterstützung. Auch wenn's nicht die Masse ist. Aber immerhin. So, schicken wir uns die angeschlagenen Mäuchler mal los und gucken mal, ob die noch ein bisschen was töten können. Das schickte Rass und... Ah, schickte Rass und nice. Nicht schickte Rass und gläubigar. So, und zu einer jetzt schnell wieder sammeln. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Gute Arbeit, mein Lord. Wir sind zutiefst beeindruckt von eurer Leistung. Man tut was man kann, wa? So, den kleinen Trupp lassen wir jetzt hier unten stehen, dass wir im Süden abgesichert sind, falls der Kalib hier oben einen Angriff macht, glaube ich aber nicht. Denn er wird die ganze Zeit vom Kumpel beschossen und seine Festung ist schon halb eingerissen. Also hier reichen es wenige Einheiten, um den Chaos zu machen. Ich hatte eigentlich gedacht, die Mission heute hier, die wird ein bisschen länger. Ähm, als ich gesehen habe, wie die Gegner hier mitspielen, aber das ist ja echt, ähm, nicht so jetzt, weil den Anfang Ansturm von dem, ähm, blauen Kalib, den haben wir gleich überlebt. Wir konnten uns somit aufbauen in Allerruhe und war der Part eigentlich gewonnen. Ich mag schon mal was bei Mission 21 wartet. Ich habe noch nicht geguckt, also ich Spoiler nicht. Es ist schon ewig her, wo ich die Missionen gemacht habe, also ich weiß nicht, was da als nächstes kommt. Schauen wir dann einfach zusammen. So, und jetzt halt mal einen Angriff hier mit, ähm, Meuchler, einer Meuchlerhorde. Ist ja auch mal ganz lustig. Yo, das müsste eigentlich schon schicken, von zwei Seiten gehen wir in die Burg rein und dann kann ich mich fast schon wieder für den Part verabschieden, für die Mission. Und, ja, ich freue mich schon auf Mission 21 mit euch zusammen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei, wenn es wieder heißt, Let's Blaze, Romont-Poséder mit Mahnung. Wir werden nicht überfallen. Oh, er immer mit seinen Feuerstachen, das kann nicht leiden. Ah, aber egal. Er wird jetzt sterben und die Mission ist gewonnen. Ich danke euch für's Zusehen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder befreit seid. Bis dann, ciao, Leute. Das war sofort. Eine Nachricht vom Kalifen. , wie viele die Bus soultienen. Ich danke euch, wenn ihr zum Beispiel bei denen vorfeste über die Mümmसenden Sch baskets und gar橋來 integrated. wir halten auch von Digit sensitive. Aber wenn, da die Chance quasi zu verabschieden, Wir werden mit einem halben Fall imunt Verein. Wir Krieg, aber nicht wirklich nicht. Wir wollen nicht. Und ja, duibst mal sagt, wir schauen uns wie Laube soll jetzt genau, bei dem Cuban vasgass, Vielen Dank.